Authentische persönliche Erfahrungen werden für Reisende immer wichtiger. Mit diesem Leitfaden nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch Ihren eigenen Betrieb. Es geht um ein einheitliches Gesamterscheinungsbild. Vom ersten Gästekontakt, sei es auf der Website oder in Informationsbroschüren, über den ersten Blick auf Ihr Haus, über Ihre Willkommensbereiche, über die Gänge bis hin zum Herzstück Ihres Betriebes, den Gästezimmern. Dabei können Sie oft mit wenig Mittelaufwand schon viel erreichen. Passende Vorhänge, Kissen, Teppiche und neue Bettwäsche erzielen zusammen mit einem frischen Anstrich eine große Wirkung bei geringen Investitionen. Ihr Betrieb ist nicht Ihr persönliches Wohnzimmer. Gestalten Sie ihn nicht für sich, gestalten Sie ihn für Ihre Gäste. Dabei gilt immer, weniger ist garantiert mehr. Die Materialqualität des Bettes, der Matratze und der Bettwäsche entscheiden über das Maß der Zufriedenheit Ihrer Gäste. Auch in den Badezimmern gilt Sauberkeit, Hygiene und Funktionalität. Achten Sie auf leicht zu reinigende Materialien, ansprechende Pflegeprodukte und hochwertige Badwäsche. Geben Sie Ihrem Produkt ein Gesicht, das für jeden Gast wiedererkennbar und überzeugend ist.